Deutschlands Reichen geht es prächtig. Ihr Vermögen wächst und wächst. Und es gibt immer mehr Milliardäre. Wenn es mal in diese Dimension geht, hat das Geld keine große Wichtigkeit mehr. Viele haben kaum Geld fürs Essen, leben von dem, was andere wegwerfen. Sie fühlen sich ausgeschlossen. In Deutschland ist das Leben mit Hartz IV auf jeden Fall ein Leben am Rande der Gesellschaft, weil man einfach nicht mehr teilhaben kann. Wie nie zuvor driften Arm und Reich auseinander. Für manche kein Grund zur Beunruhigung. Ich glaube nicht, dass es ein Klima gefährden kann, dass einige Gruppen mehr verdienen als gestern und andere weniger verdienen als gestern. Wer unten bleibt und wer aufsteigt, das hängt allzu oft von der Herkunft ab. Chancengleichheit gibt es natürlich nicht. Nur wer Geld hat, kann sich die beste Bildung leisten. Ist das fair? Nein. Aber was ist wirklich im Endeffekt fair? Dabei versprach die Politik einst Chancengleichheit und Wohlstand für alle. Ohne die Aussicht des Aufstiegs für viele verlöre die Bundesrepublik ihren Glanz. Ein neuer Auktionsrekord soll erzielt werden. Sie wollen die 2 Millionen Marke knacken. Saisonende beim Gestüt Hetzel. Springpferde werden versteigert. Die Käufer spekulieren auf Turniersiege. Pferde als Kapitalanlage für Menschen, die schon alles haben. Es geht um ein gutes Geschäft, aber auch der gute Zweck soll nicht zu kurz kommen. Deutschlands First Lady der Charity Ute Ohoven ist dabei, im Schlepptau Rainer Kallmund. Wir müssen immer, wenn wir eben auch Geld verdienen, oder wenn Schönes ist, muss man daran denken, auch Gutes zu tun. Und ich finde da, wo es Geld gibt, da muss auch was abgegeben werden. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn die 4 sind, muss schon auch ein 4-stelliger Betrag, oder auch 5-stellig, da muss schon reingehen, weil die auch sagen, hier, alle, die was verdienen, die müssen nur was bezahlen. Ein Fohlen für den guten Zweck. Das UNESCO-Kinderhilfswerk. Und alles für einen guten Zweck, meine sehr verehrten Damen und Herren. Keiner besser. Wohltätigkeit kommt hier nicht so gut an. Stopp! Lassen wir die Kohle hier laufen, sonst komm ich mal in eine Reihe rein. Wer bietet 15.000? Doch keiner bietet mehr. Olympiasieger Ludger Bärbaum greift ein. Ute Ohoven ist wieder mal enttäuscht. Natürlich hat sich das verändert, das Spendenverhalten. Und heute ist es sehr, sehr schwer, Spenden zu erhalten. Ganz anders, wenn es um die eigene Rendite geht. Bei den Springpferden schnellen die Gebote wie Aktienkurse in die Höhe. Ein Luxemburger Fonds kauft das teuerste Pferd. Insgesamt geht es um drei Millionen. Die Investoren bleiben häufig anonym. Geldgeber im Hintergrund. Persönlich zeigen sie sich sehr ungern. Hier wie anderswo. Das ist für Reiche immer am einfachsten, dass Reichtum überhaupt nicht thematisiert wird. Und in dem Augenblick, wo Reiche in der Öffentlichkeit nicht auftreten, reduzieren sie damit die Wahrscheinlichkeit, dass über sie und über Reichtum geredet wird. Die deutsche Oberschicht. So wird sie nicht gern genannt. Und es ist ihr am liebsten, wenn man über ihren Reichtum möglichst wenig spricht. Saisonabschluss in Ifitzheim bei Baden-Baden. Parkettplätze für alle, Logenplätze für besondere Gäste. Sie wollen unter sich bleiben. Ein geschlossener Club. Baden-Racing-Chef ist Andreas Jakobs. Passionierter Pferdeliebhaber, Züchter und Erbe. Die Kluft zwischen Arm und Reich beunruhigt ihn kaum. Ich glaube nicht, dass es ein Klima gefährden kann. Dass einige Gruppen mehr verdienen als gestern und andere weniger verdienen als gestern. Und dass es eine gewachsene Kluft zwischen Arm und Reich gibt. Ich mache mir über die sozialen Auswirkungen und die politischen Auswirkungen daraus nicht so viele Gedanken. Andreas Jakobs ist für seine Schweizer Holding weltweit unterwegs. Am wohlsten aber fühlt er sich auf dem Familiengestüt nahe Bremen. So, an Großvaters alten Schreibtisch arbeitet es sich gut. Lustigerweise hat mein Vater meinem Großvater diesen Schreibtisch geschenkt. Also der hat wirklich drei Generationen Relevanz. Das ist wunderbar. Jakobs Café. Eine Bremer Erfolgsgeschichte der 50er und 60er Jahre. Später zog es Vater Klaus in die steuerlich günstigere Schweiz. Jakobs Café. Auf Wiedersehen bei Ihnen zu Hause. Wir verstehen uns auch als globale Unternehmer, nicht als deutsche Unternehmer. Die Geschäftszentrale am Zürichsee. Heute machen die Jakobs ihr Geld mit weltweiten Beteiligungen. Vom Familienunternehmer zum Global Player. Andreas Jakobs ein reicher Erbe. Über Geld spricht er nicht gerne. Erbe heißt ja heutzutage eher, dass man materiell etwas erbt. Ich glaube, wichtig ist darauf zu achten, dass es hier nicht um materielles Erbe geht, sondern um inhaltliches, kulturelles Erbe geht. Aber vor allem finanziell profitieren Erben in Deutschland wie nie zuvor. Die Belastung ist hierzulande weit niedriger als bei europäischen Nachbarn. In 20 Jahren werden privatrechtlich von der Vätergeneration, die das Wirtschaftswunder vorangetrieben hat, 5,5 Millionen vererbt. So, wenn wir nun eine Erbschaftssteuer hätten, wie zum Beispiel Frankreich, das ist ein klassischer Fall, von 50 Prozent, dann hätte der deutsche Staat in dieser Zeit auf jeden Fall 2,5 Billionen überwiesen bekommen. Und mit dieser Riesensumme hätte er das gesamte Bildungssystem, Grundschule, Gymnasium, Universitäten, das gesamte Verkehrssystem, die gesamte Renovierung der Innenstädte in Ost- und Westdeutschland übernehmen können, ohne dem Bürger einen einzigen Cent an zusätzlichen Ausgaben zuzumuten. Volkswerft Stralsund an der Ostseeküste nahe Rügen. Die Werft hat Insolvenz angemeldet. Die Insolvenzverwaltung sucht seit Monaten nach einem Käufer. Zwei Schiffe werden noch zu Ende gebaut, mit Hilfe von Bürgschaften. 1200 Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft. Nur wenige sind noch beschäftigt. Ihren Lohn bekommen sie von einer sogenannten Transfergesellschaft. Wie lange noch? Unsicher. Wie es weitergeht? Offen. Auch Ralf Bünger droht Arbeitslosigkeit. Beschäftigung nur noch auf Abruf. Ich wache zehn vor fünf auf. Ich denke, oh, da wird man wach. Manchmal ist es noch gar nicht da. Das ist ein Bein aus dem Bett. Kannst du ja wieder hinlegen. Musst du nicht aufstehen. Tag für Tag, 20 Jahre lang war die Werft sein Leben. Dass es jetzt aus sein soll, mag er sich nicht vorstellen. Wenn Sie da mal hingucken, das kann man nicht wieder sehen. Es ist eigentlich so der Mittelpunkt von Stralsund, wenn man mal guckt und so. Also vom Leben her war das für mich der Mittelpunkt. Man hat eben lange Jahre gearbeitet, hat Spaß gemacht. Und dann gibt es einen Knall und ist vorbei. Bünger ist Qualitätsprüfer. Sucht nach überregionalen Stellenangeboten. Doch für den 50-Jährigen sieht es schlecht aus. Meine Qualifikation ist hier im Moment nichts dabei. Und vorwärts. Ralf lenkt sich ab, trainiert Kinder und Jugendliche im Boxen. Das soll helfen, mit der Unsicherheit fertig zu werden. Härter! Härter! Feuer! Wenn man mal Leistungssport gemacht hat, dann weiß man, wie es ist, sich durchzubeißen. Da geht es ja immer. Da geht es manchmal da hoch. Und man ist ganz schnell wieder unten. Im Moment sind Ralf und seine Lebensgefährtin eher unten. Sie haben Angst vor der Zukunft. Wenn die Werft zumacht, das hat man schon gewusst, dass es dann eng wird. Aber das weiß jeder hier, glaube ich. Jedenfalls, der da gearbeitet hat, dass er dann hier so schnell nicht so eine Arbeit wiederfindet, die auch gut bezahlt wurde. In Stralsund arbeitet auch seine Partnerin Heidi Hilbert seit 25 Jahren als Bäckereiverkäuferin. Jeden Morgen und bei jedem Wetter radelt sie zum Laden, spart so 40 Euro für die Monatskarte. Sie muss mit jedem Euro rechnen. Das hat die alleinerziehende Mutter viele Jahre erfahren. Ich komme so aus. Kein Urlaub, keine großen Sprünge, Markenware gibt es nicht. Geht eben einfach nicht. Und dann kann man auch sowas durchhalten. Das ist eine Leerchen. Sie arbeitet 30 bis 40 Stunden in der Woche und doch bleibt am Ende kaum mehr als Hartz IV. Die Vorbereitung, alles auspacken, es muss gezählt werden, es muss belegte Brötchen gemacht werden, Preise angesteckt werden, Kaffermaschine, Wasser, Koche. Ja, Frühschicht, Spätschicht, Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag, eigentlich dazu. Und wenn sie auf ihren Rentenbescheid schaut, wird ihr mulmig. Mag ich nicht dran denken. Da wird mir eigentlich Himmelangst, wenn man sein Leben lang so gerackt hat und dann am Ende eigentlich keine Rente dabei rausspringt. Heidis Tochter Silvana ist Kosmetikerin. Mit ihrem Mann, einem Goldschmied, zog sie in die Schweiz. Dort fand sie einen Job im Spa eines Nobelhotels. Die Mutter ist stolz auf sie. Ihr soll es einmal besser gehen, wenn auch im Ausland. In Zürich. Dort besuchen wir Silvana. Anders als in Stralsund sieht sie hier eine Zukunft für sich und ihre Familie. Das war eigentlich mein Mann. Der hat in Deutschland eine Ausbildung gemacht als Goldschmied, wurde nicht übernommen und hat eine Weile gesucht nach einem Job, hat keinen gefunden. Und dann war die Frage, stehen wir mit Anfang 20 vor der Arbeitslosigkeit, bleiben aber zu Hause oder wandern wir aus und versuchen unser Glück woanders. Und wir haben uns dann für den Weg entschieden. In der Schweiz fanden sie und ihr Mann gut bezahlte und vor allem feste Arbeitsplätze. So können sie ihr Leben planen. Eine Sicherheit, die es in Deutschland für sie nicht mehr gab. Ja, keine Perspektive. In Deutschland wenig Geld, wenig Jobs, die es dann gibt. Und hier sind einfach die Möglichkeiten da. Junge Deutsche, gut ausgebildet. In der Heimat ohne Chance. Eigentlich ist es traurig. Weil eigentlich wäre es schöner, wenn man zu Hause bleiben könnte und da auch schön arbeiten könnte. Aber wenn es nicht geht, muss man weg. Zürich. Paradies für steuerflüchtige Reiche. Mittlerweile aber auch für arbeitssuchende Deutsche, denen eine gute Ausbildung zu Hause nicht mehr hilft. Zum Beispiel Vera Schulz, Busfahrerin aus dem westfälischen Iserlohn. Seit anderthalb Jahren fährt sie für die Züricher Verkehrsbetriebe. Busfahren? In der Schweiz kein Billigjob. Finanziell hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich verdiene fast das Dreifache. Hier spare ich fast so viel, wie ich in Deutschland verdient habe. Das kann ich hier einfach mal eben ohne Probleme zurücklegen. Vor knapp zwei Jahren. Vera Schulz letzter Arbeitstag in Iserlohn. Der Abschied fiel ihr nicht leicht. Aber bei ihrer Busgesellschaft war sie immer nur auf Jahresbasis beschäftigt. Zuletzt für 1300 Euro im Monat. Es wurde von Vertrag zu Vertrag weniger. Und andere Jobs? Vera Schulz hatte es versucht. Oft. Bestimmt 60, 70, 80. Ich kann das nicht mehr zählen. Als Hausmeisterin, als Gärtnerin, als Zugbegleiterin, als Testkäuferin, als Ordnungsdienst, als Politesse. Die Stundenlöhne? Nirgends höher als 8 oder 9 Euro. Da hätte sie sich auch einfach arbeitslos melden können. Aber das wollte Vera Schulz nicht. Ich wollte nicht in dieses System, ich wollte nicht in dieses arbeitslosen Hartz-IV-System. Denn wenn man da einmal drin ist, dann ist ganz vorbei. Dann hat man ja ganz seine Würde verloren. Würdige Arbeitsbedingungen. Die hat sie in der Schweiz gefunden. Im gleichen Beruf. Rückkehr nach Deutschland? Nein. Zu viel habe sich dort geändert. Die Schere klappt ja immer weiter auseinander. Früher gab es eine sogenannte Mittelschicht. Und da habe ich mich auch drin befunden. Und ich habe mich wohl gefühlt. Ich wollte jetzt nicht noch mehr. Aber ich will jetzt auch nicht tiefer. Also die Mittelschicht, die habe ich hier. Also für Deutschland, nein. Also meine Bekannten und für mich in Deutschland keine Zukunft, nein. Absolut nicht. Und das ist das Traurige. So wie ihr geht es Millionen anderen auch. Die Angst vor dem Absturz ist in vielen Fällen begründet. Denn die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. So ist das Volkseinkommen im vergangenen Jahrzehnt leicht gestiegen. Bis 2015 um geschätzte 20 Prozent. Aber Arbeiter und Angestellte hatten davon so gut wie nichts. Auch in Zukunft steigen ihre Entgelte nur leicht. Die Einkommen der Unternehmen und Kapitalbesitzer dagegen haben sich trotz Finanzkrise bis jetzt schon um über 50 Prozent erhöht und wachsen weiter. Die Löhne haben sich extrem langsam entwickelt, wenn man sich die große Mehrheit der Bevölkerung anschaut. Und wenn ich von der großen Mehrheit spreche, dann denke ich an ungefähr 90 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Bei den oberen 10 Prozent haben sie sich recht dynamisch entwickelt. Bei den unteren 20 Prozent waren sie sogar rückläufig. Also diese Gruppe der Bevölkerung kann sich heute weniger leisten als vor 10 oder vor 15 Jahren. Und die stärksten 10 Prozent, die können sich also deutlich mehr leisten. 250.000 Volkswagen wurden seit Kriegsende in Wolfsburg gebaut. Anders in den 50er Jahren. Aufbruchstimmung in Deutschland. Jeder sollte es schaffen können. Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft, Chancengleichheit. Mit diesen politischen Versprechen errang Adenauer 1957 die absolute Mehrheit. Im Systemwettbewerb mit der DDR durfte die Bundesrepublik kein Klassenstaat sein. Wirtschaftsminister Erhard versprach Wohlstand für alle, wurde zur Symbolfigur der alten Bundesrepublik. Wir hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren enorme Wachstumsraten. Und da war es natürlich verhältnismäßig leicht, in den Fahrstuhl einzusteigen und nach oben gefahren zu werden. Doch mit dem Fall der Mauer begann eine neue Zeit. Der Ostblock hatte abgewirtschaftet. Der Westen hatte gesiegt. Damit gab es keinen Wettbewerb der Systeme mehr. Die Sowjetunion war schon sozusagen eine bedrohliche Konkurrenzmacht. Und nachdem die nun entfiel, entfiel, glaube ich, in der Mentalität vieler Unternehmer, der Zucht zwang, sozusagen weiter dafür zu sorgen, dass die Mehrheit seiner tüchtigen Angestellten da mithalten konnte. Mit dem Ende des Ostblocks kann sich die Globalisierung, die weltweite Arbeitsteilung, voll entfalten. Deutschland gerät unter Konkurrenzdruck. Viele Unternehmen verlagern die Produktion ins Ausland. Jobs gehen in Massen verloren. Auf dem Höhepunkt sind über 5 Millionen Menschen ohne Arbeit. Deutschland fällt zurück. Ich erinnere daran, dass es noch nicht so lange her ist. Da galt Deutschland als kranker Mann Europas. Und das war etwas, wo man dann bemüht war, einen Ausgleich zu schaffen. So beschließt die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Schröder die Agenda 2010. Mit tiefen Einschnitten in den alten Sozialstaat. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Die Hartz-Reformen sollen vor allem Menschen in Arbeit bringen. Herr Bundeskanzler, wir haben hier die Zukunft für 2 Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies umzusetzen. Vielen Dank. Das Versprechen geht in Erfüllung. Aber anders als geplant. Neue Jobs werden geschaffen, aber vor allem durch Leih- und Zeitarbeit. Ein Niedriglohnsektor entsteht. Immer mehr Menschen können von ihrem Lohn nicht leben. Folge der Reformen. Ohne sie, darüber sind sich eigentlich auch alle klugen Ökonomen einig, wäre Deutschland nicht heil durch die Finanzkrise und die Rezession danach. Der Preis, der bezahlt worden ist, ist die Vergrößerung der Zone für die Mini-Jobs. Massenproteste gegen die Agenda. Die SPD wurde schwer getroffen, Rot-Grün abgewählt. Die Hartz-Reformen eine schwere Belastung bis heute. Man hat Arbeitslosigkeit vermieden, aber das Problem, was heute besteht, dass aus diesem Niedriglohnbereich oder bei Leiharbeitern der Sprung in eine normale Vollbeschäftigung nur für eine Minderheit möglich ist. Die Hoffnung auf diesen Sprung hat sie aufgegeben. Kerstin ist gelernte Hotelkauffrau, hat früher für Versicherungen gearbeitet. Jetzt sammelt sie Pfandflaschen. Das Leben mit Hartz IV ist ein Leben am Rande der Gesellschaft, weil man einfach nicht mehr teilhaben kann. Man schämt sich. Schlicht und einfach, man schämt sich. Nach einer schweren Erkrankung fand sie trotz zahlreicher Bewerbungen keine Arbeit mehr. Jetzt steckt sie, wohl unwiderruflich, in der Hartz-IV-Falle. Jede Post vom Jobcenter ist jedes Mal Herzklopfen. Absolutes Herzklopfen jedes Mal. Ich kann dankbar sein, dass es Jobcenter gibt. Und andererseits ist damit eben unglaublich viel Angst immer wieder verbunden. Wird man sanktioniert? Hat man alles richtig gemacht? Mitte des Monats wird das Geld knapp. Ist sie froh über Spenden. Obst und Gemüse waren, die andere nicht mehr wollen. Apfel magst du doch besonders gerne. Dekorechen, die Kleinen, kommt auch keiner mehr. Spätestens in der dritten Woche habe ich so gut wie gar kein Bargeld mehr. Und ich lasse mir wirklich für einen Notfall immer noch so 10 Euro im Portemonnaie. Und ich muss dann mit dem klarkommen, was ich zu Hause habe. Teilhabe am sozialen Leben kann sie sich nicht mehr leisten. Denn ob Kinobesuch oder Treffen mit Freunden, immer muss sie rechnen. Weil man eben mit jedem Restauranttreffen oder Cafétreffen wirklich in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Dann vielleicht eine Woche hungern muss, weil man sich mit jemandem getroffen hat. Es ist ein bisschen wie im Käfig, mitten in einem tobenden, tollen Leben. So wie Kerstin geht es immer mehr Menschen in Deutschland. Sie sind die Verlierer. Die Gewinner, das waren vor allem die Manager einer entfesselten Finanzbranche. Ihnen folgten Vorstände in Großkonzernen. Zum Beispiel Siemens-Chef Peter Löscher. Er verdiente im vergangenen Jahr 7,8 Millionen Euro. Dieter Zetsche von Daimler, 8,2 Millionen. Und VW-Chef Martin Winterkorn, 20 Millionen. Nach Protesten verzichtet er auf einen Teil, liegt jetzt nur noch bei 14,5 Millionen Euro. Wenn ich mir anschaue, was vor 30 Jahren die Unterschiede waren zwischen einem einfachen Mitarbeiter, einem Unternehmen und dem Chef, dann war das vielleicht das 15-fache, das 20-fache, aber nicht das 100-fache. So etwas war unanständig und in dieser veränderten Atmosphäre hörte es auf, für viele unanständig zu sein. Ein schneller Mann, der sich über Jahre dem Turbokapitalismus verschrieben hatte, ist Herbert Henssler. Früher Europachef von McKinsey. Sanieren, Renditen maximieren, das war sein Job. Er glaubte an das freie Spiel der Kräfte, die ungehinderte Entfaltung der Wirtschaft. Heute hat er sich zurückgezogen, verbringt viel Zeit in den Bergen bei Kitzbühel. Sein Glaube an die Heilkräfte des Marktes ist erschüttert. Es ist richtig, dass wir nach der Wiedervereinigung, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, glaubten, der Markt regelt alles. Ja, wir haben damals geglaubt, es gibt eigentlich nichts, was man nicht dem Markt aussetzen könnte. Denn der Markt, der Regel, Angebot und Nachfrage. Und wenn er es nicht regelt, sprachen wir vom Marktversagen. Dabei wurde Marktversagen noch belohnt, zum Beispiel bei Abfindungen gescheiterter Manager. Klaus Esser, Ex-Mannesmann-Chef. Er verlor die Übernahmeschlacht gegen Vodafone. Abfindung 30 Millionen Euro. Thomas Mittelhoff musste kurz nach seiner Vertragsverlängerung bei Bertelsmann gehen und kassierte dafür 25 Millionen. Georg Funke war Chef der Skandalbank Hypo Real Estate. Die kostete den Steuerzahler bis jetzt über 10 Milliarden Euro. Funke aber fordert bis heute noch Millionen Gehaltsnachzahlung. Das ist nicht vermittelbar. Wenn man einen rausschmeißt, der also nun offensichtlich einen katastrophalen Job gemacht hat, dann soll er auch keine Abfindung mehr bekommen. Dann soll er froh sein, wenn man ihn in Ruhe lässt. Und nicht gerichtlich belangt für seine Fehlleistungen. Da wird mit einer unendlichen Habgier gegriffen. Und als Historiker, der sich sozusagen lange mit Wirtschaft und Sozialgeschichte beschäftigt hat, muss ich sagen, ich kenne keine Berufsklasse in der neueren westlichen Geschichte, die sich mit einer solchen Habgier bei den Unternehmenseinkünften, bei ihren eigenen Einkünften hervorgetan hat, wie die jetzigen Manager. Über Jahre setzte die Politik dieser Gier keine Grenzen. Doch das Klima wandelt sich. Nach einer Volksabstimmung wird die Schweiz gegen die Abzocke vorgehen. In Deutschland sprach man allzu leicht von Neiddebatte, wenn es um Exzesse bei Gehältern und Vermögen ging. Der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung geriet sofort in einen ideologischen Streit. Der Entwurf wurde umgeschrieben, die Interpretation geschönt. So stand in der Originalfassung aus dem Arbeitsministerium, die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Wirtschaftsminister Rössler, FDP, ließ das streichen. Weiter hieß es, zum Leitbild der sozialen Marktwirtschaft gehört es jedoch, dass sich jede Arbeit lohnt. Das Wirtschaftsministerium ergänzt das, der Niedriglohnsektor wesentlich zum Beschäftigungsaufbau beigetragen habe. Und die Einschätzung, eine solche Einkommensentwicklung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, im endgültigen Bericht ebenfalls gestrichen. Also es ist skandalös, wie der Bericht jetzt wahrscheinlich verstümmelt wird und wie dem Staatsbürger genaue Auskünfte über sozusagen die Struktur des Gemeinwesens vorenthalten werden, indem er lebt. Es gibt eine politische Entscheidung, in diesem Bericht den Reichtum nicht genauer zu beleuchten. Und das war schon beim Entwurf so. Das ist jetzt nochmal beschönigt worden, aber es war auch vorher so, dass das eigentliche Versprechen, den Reichtum genauso ins Visier zu nehmen, wie die Armut schon vorher nicht gehalten worden ist, sondern dass man mit den Reichen sehr vorsichtig umgegangen ist. Tatsächlich hat die Ungleichheit in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Besonders deutlich wird dies beim Nettovermögen der Deutschen, das sich insgesamt auf mehr als 10 Billionen Euro beläuft. Die unteren 50 Prozent der Bevölkerung teilen sich ein Prozent der Besitztümer. Den oberen 10 Prozent gehört mehr als die Hälfte des Nettovermögens. Er ist einer der zehn reichsten Deutschen. Der Unternehmer Reinhold Wirth, 77. Bis heute begeisterter Pilot. Sein Vermögen machte er mit Schrauben. Der Vater nahm ihn von der Schule. Als Lehrling beliefert Reinhold Baustellen. Nach dem Tod des Vaters wird er mit 19 Unternehmer. Schafft es vom Hauptschüler zum Milliardär. Wenn ich meine eigene Laufbahn betrachte, geht es einfach nicht über nichts tun, sondern ich habe sicher schon zwei Arbeitsleben hinter mir in diesen Jahrzehnten, die ich jetzt im Beruf bin. Heute hat Reinhold Wirth Filialen in 80 Ländern, beschäftigt 65.000 Menschen. Er vermisst die Aufbruchstimmung der frühen Jahre. Heute seien die Verhältnisse erstarrt. Ein Aufstieg wie seiner kaum mehr möglich. Wirth City, so nennen die Schwaben die Welt des Schraubenkönigs. Eigener Flughafen, für die Mitarbeiter ein hauseigenes Kunstmuseum. Wie viele Reiche misstraut Wirth dem Staat, will lieber selber entscheiden, wohin sein Geld fließt. Kunst, Sozialprojekte, Schule, Universität. Er ist gerne großzügig, freiwillig. Zwangsabgaben ans Gemeinwesen, da winkt er ab. Prinzipiell zahlt niemand gern Steuern. Das ist mal eine Grundaussage. Aber wenn es denn sein muss, wenn das um ein, zwei Prozent geht, hat da sicher niemand was dagegen. Aber wenn es so würde wie in Frankreich mit 75 Prozent, das sage ich ganz offen, da würde ich echt Leine ziehen und würde auch ausziehen. Grund zur Sorge hat er kaum, denn das Leben für Unternehmer und Vermögende wurde in den vergangenen Jahren immer leichter. So sank unter Rot-Grün der Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent. Auch Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer und Kapitalertragssteuer gingen nach unten. Und die Vermögensteuer wird ohnehin seit 1997 gar nicht mehr erhoben. Alles im Namen von Markt und Wachstum. Man hat gesagt, wir müssen uns den internationalen Entwicklungen anpassen. Und internationale Entwicklungen bedeuteten, dass man sich im Großen und Ganzen den angloamerikanischen Entwicklungen, ich will nicht sagen angepasst hat, aber doch spürbar angenähert hat. Und dass man dann auch deutliche gesetzgeberische Veränderungen vorgenommen hat. Man hat den wohlhabenderen Teil der Bevölkerung entlastet. Sein Handicap ist 23. Es könnte besser sein, sagt Vural Oeger. Aber der Unternehmer hat zu selten Zeit für den Golfplatz. Der Aufsteiger aus der Türkei lebt seit gut 50 Jahren in Deutschland. Das Land habe sich verändert, meint er. Die Spaltung der Gesellschaft beunruhigt ihn. Das heißt, wir müssen die sogenannte Unterschiede wirklich sehr ernst nehmen, versuchen, die integrieren. Wenn es so immer mal auseinanderklafft und wenn es einem immer runterfallen, da werden es Reaktionen geben. Da braucht bloß irgendein Fanatiker sich vor die Leute zu stellen, dann haben wir den Salat. Stolz betrachtet Vural Oeger seine zahlreichen Auszeichnungen. Dann habe ich hier Unternehmen des Jahres, Unternehmen des Jahres aus mehreren Institutionen. Als er nach Deutschland kam, war Aufstieg durch Bildung möglich, auch für Einwanderer. An Chancengerechtigkeit mangle es heute, meint er. Wenn man auch von Problemen mit Migrantenkindern sprechen kann, ich muss offen sagen, das ist eher ein Unterschichtenproblem. Denn diejenigen sieht man nicht, die in Deutschland integriert sind, Abitur machen und studieren, wie auch immer. Ich finde, es ist eines der größten Aufgaben unserer Gesellschaft, wie die Menschen in der zweiten, dritten Generation, die bei uns leben, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Meine Beobachtung ist, das geht wirklich über Bildung und über Ausbildung. Bei der Bildung sind die Chancen heute ungleicher verteilt denn je. Schloss Neubäuern in Oberbayern. Ein Internat für die gehobenen Schichten. Eine der Top-Adressen in Deutschland für Schüler, deren Eltern für Bildung viel zahlen können. Eine heile Welt, so präsentiert sich die Schule im Internet. Bildung in ihrer schönsten Form. Für knapp 3000 Euro monatlich, inklusive Aufnahme- und Prüfungsgebühr. Die Schuluniformen kosten extra. Noch einmal 500 Euro. Tanzen lernen gehört hier zum Unterricht. Für die Schüler eine frühe Einübung in die Gesellschaft, der sie später als Elite angehören werden. Wenn Sie mich fragen, ob die Chancen gleich verteilt sind, dann sind sie natürlich nicht. Nur, das sind gesellschaftliche Realitäten, die sich ja nicht dadurch verändern, dass es keine Privatschulen gibt. Und ich glaube durchaus, dass wir mit dem, was wir hier tun, auch eine gesellschaftliche Funktion erfüllen. Weil wir natürlich mit Jugendlichen hier arbeiten, die später mit großer Wahrscheinlichkeit Personalverantwortung haben werden. Die sogenannte Kantine. Herzstück des Schlosses aus dem 18. Jahrhundert. Hier treffen sich die Neubäurer Schüler seit 50 Jahren. Und die ehemaligen helfen den heutigen beim Einstieg ins Berufsleben. Schon früh lernt man hier Beziehungen zu knüpfen und zu nutzen. Man hat natürlich ganz andere Connections, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es ein Vorteil, aber den Vorteil muss man natürlich auch zu schätzen wissen. Und ich für meinen Teil weiß es zu schätzen. Geld macht es möglich. Neubäuern bietet beste Bedingungen. Kleine Klassen, 12, 13 Schüler. Am Pult für jeden ein iPad. An staatlichen Schulen undenkbar. Im Vergleich zu anderen Schulen ist das einmalig. Und daher war das für mich dann der Hauptausschlaggebende Grund, mich hier zu bewerben. Die allermeisten Schüler hätten gar keine Chance, hier unterzukommen. Bildung koste eben, meint der Direktor. Warum kann eine normale Mittelschichtfamilie nicht 40 Euro im Monat, sagen wir mal, an Technikpauschale bezahlen? Die Kinder haben eh alle ihre iPhones in der Tasche und ihre Laptop-Computer zu Hause. Also ich glaube, da machen wir es uns zum Teil auch relativ leicht, indem wir sagen, der Staat muss mehr Geld in die Bildung stecken. Ich glaube, das hat zwei Seiten. Der Staat müsste sicherlich mehr investieren. Aber gleichzeitig, glaube ich, werden wir uns in Deutschland auch darauf einstellen müssen, dass Bildung nicht notwendigerweise immer kostenlos sein kann. Immer mehr betuchte Eltern sehen das so. Seit Mitte der 90er Jahre stieg die Zahl der Privatschüler in Deutschland um über 50 Prozent. Mittlerweile sind es rund eine Million. Spitzenbildung nur für Spitzenverdiener. Ist das fair? Nein. Aber was ist wirklich im Endeffekt fair? Bremerhaven leer. Hier lebt fast jede zweite Familie von Transfereinkommen wie Hartz IV. Die Folgen spürt auch Direktor Rolf München von der Heinrich-Heine-Gesamtschule. Es ist sehr viel schwieriger geworden. Der Abstand zwischen oben und unten ist sehr viel größer geworden. Ich verweise da auf Pisa. Da ist es nochmal offiziell belegt worden, dass in kaum einem anderen Land die Schere so groß ist zwischen oben und unten wie in diesem Land. 470 Kinder sind an seiner integrierten Gesamtschule. Vom potenziellen Abiturienten bis zu Schülern mit Behinderungen und Lernschwächen. Ihnen allen gerecht zu werden, dazu bietet der Schulalltag praktisch keine Möglichkeit. Dabei könnten nur so Chancen verbessert werden. Wir haben keine Chancengleichheit. Das heißt, unsere Aufgabe, und so verstehen wir uns auch, ist, einen Teil der Chancengleichheit wiederherzustellen. Wir müssten sehr viel mehr im Bereich Teilhabe organisieren können. Dazu fehlt uns das Personal und dazu fehlen uns auch die materiellen Mittel. Ich glaube, dass Schule der einzige Ort ist, an dem Armut bekämpft werden kann, über die Vermittlung von Bildung. Und dazu gehört eben auch Bildungsteilhabe. Für Lara und ihre Mitschüler gibt es keinen geregelten Ganztagsbetrieb mit Mittagessen und Hausaufgabenhilfe. So gehen viele von ihnen wie Lara am Nachmittag in die Sonnenblume. Eine private Initiative für alle Kinder im Bezirk. Lara kommt gerne hierher. Trifft immer jemanden, der Zeit hat. Die Rentnerin Cornelia Rönnefahrt hat die Sonnenblume gegründet. Vom Staat bekommt sie nichts. Die Kassen der Kommunen sind leer. Sie ist auf Spenden angewiesen. Und den Verkauf von Altkleidern. Sie kämpft für ein bisschen Chancengerechtigkeit. Zu uns kann jedes Kind kommen, egal wo es herkommt, ob es aus einer sozial schwächeren Familie kommt, also mit wenig Einkommen, aus einer Familie, die ein vernünftiges Einkommen hat oder aus einer Familie, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Das ist bei uns egal. Geld spielt bei diesem Kindergarten eine große Rolle. Eine private Kita in München. Englisch lernen, hier selbstverständlich. Die Einrichtung begreift sich als Dienstleistung für gut zahlende Kunden. Ich denke, wir privaten Anbieter sind darauf angewiesen, unsere Qualität ständig zu kontrollieren, einfach weil sonst der Kunde nicht mehr kommt und das unsere Haupteinnahmequelle ist. Rund 900 Euro im Monat kostet hier ein Platz für ein Kleinkind unter drei Jahren. Dafür kann man den ganzen Tag kommen. Die Öffnungszeiten sind flexibel. Die Kindergartengruppen haben sechs Betreuerinnen für 20 Kinder. Fast doppelt so viele wie in einem staatlichen Hort. Es ist schon teuer. Man muss wirklich beide Eltern gut verdienen, aber dafür bekomme ich auch was. Also für das Geld bekomme ich das, was ich erwarte. Wir fanden einfach das Konzept gut, eine private Krippe zu finden, die viel mit den Kindern auch außer Kurikular macht eigentlich. Ihre Eltern müssen sich nicht auf den Staat verlassen. Geld ist hier die Eintrittskarte. Und die Nachfrage nach exklusiven Privatkindergärten steigt. 2006 war die Gründung der Little Giants. Mittlerweile haben wir zehn Einrichtungen. Dieses Jahr machen vier weitere auf. Und wir haben auch für nächstes Jahr bereits Kitas in Planung. Das Ziel ist, so lange zu wachsen, bis jede Familie hier einen Platz bekommt. Wenn sie es sich denn leisten kann. Anders in Bremerhaven. Wir sind an der staatlichen Astrid-Lindgren-Grundschule. Kinder aus gutbürgerlichen Familien gibt es hier kaum. Das soziale Umfeld hier ist ja sehr entscheidend. Und wir haben schon den größten Teil der Kinder, die von zu Hause nicht gewohnt sind, konzentriert zu arbeiten oder mal zuzuhören oder irgendwelche Sachen zu unternehmen. Und sowas müssen wir erstmal anbahnen. Die Direktorin weiß, wie wichtig frühe Förderung ist, wie zeitig die Weichen für das spätere Leben der Kinder gestellt werden. Das muss sie vielen Eltern erst einmal klar machen. Wenn ich in der dritten oder vierten Generation in der Arbeitslosigkeit lebe, ist mir das, glaube ich, egal. Dann freue ich mich, dass mein Kind untergebracht ist und ich durch den Tag komme und ich achte nicht so drauf. Das klingt jetzt ganz hart, aber das erleben wir ganz oft auch durch Hausbesuche. Dass ich, wenn ich aus Wohnungen komme, wo ich denke, oh Mensch, und du verlangst von dem Kind, dass es ein ordentlich geführtes R2E hat, sei mal froh, dass es hier ist und mach ihm einen schönen Tag, an dem es was lernen kann. Erste Stunde Kunstunterricht. Hier machen alle gerne mit. Manche haben Schwierigkeiten, sich längere Zeit zu konzentrieren oder zuzuhören. Und passt das? Ist das ein komplementär Kontrast? Richtig gemacht. Gelb und Violett. Ihre Lehrer machen sich keine Illusionen. Aufs Gymnasium werden es nur wenige schaffen. Herkunft ist in Deutschland wichtiger als Begabung. Ich denke, dass die Chancengleichheit, die gibt es nicht. Es ist einfach so, wenn die Kinder in die Grundschule kommen, egal ob sie vorher in einer kinderstarke Stätte waren oder nicht, haben die schon so viel erlebt und man kann das in Schule nicht alles aufhaben. Das hat Folgen für das ganze Leben. Die Fakten? Nur circa 4% der Kinder aus ungelernten Arbeiterhaushalten schaffen es, selbst zum leitenden Angestellten aufzusteigen. Aber 2 Drittel der Kinder aus einer leitenden Angestelltenfamilie werden selbst leitende oder hochqualifizierte Angestellte. Solche Ungerechtigkeit findet er empörend. Dieter Lehmkuhl. Er ist Millionär, hat geerbt, lebt aber bewusst bescheiden. Er ist bereit, für das Gemeinwohl mehr zu zahlen. Denn die Entwicklung in Deutschland macht ihm Angst. Weil die Kluft zwischen Arm und Reich so dramatisch zugenommen hat, dass sie einfach die Grundlagen unserer Gesellschaft zerstört, wenn das so weitergeht. Wir wollen keine brennenden Städte haben wie in England. Treffen mit gleichgesinnten Millionären. Sie haben eine Initiative gegründet für eine Vermögensabgabe. Den Reichen werde in diesem Land viel zu wenig abverlangt. Ich brauche es wirklich nicht. Ich lebe ja prima im eigenen Haus und mache schönen Urlaub und habe eigentlich alles, was ich brauche und habe wirklich viel zu viel Geld. Und wenn ich die Probleme in der Gesellschaft sehe, bin ich bereit abzugeben. Aber ich finde, alle Reichen müssen abgeben. Das reicht nicht aus, wenn ein paar Gutmenschen das machen. Ja, wir haben ja den Verfassungsgrundsatz, Reichtum verpflichtet. Und der ist aber Makulatur. Also die Politik und die Gesetzgebung orientieren sich nicht mehr daran. Tja, es ist ein bisschen die Frage, wessen Staat ist es? Es ist eben der Staat der Reichen. Und die Armen werden zur Kasse gebeten. In der heutigen Situation ist das ja völlig irre. Es ist absolut kein Geld da und keiner redet davon, dass die Ausgaben, dass die Steuern erhöht werden müssen, um das zu bezahlen. So reden deutsche Millionäre. Ausgerechnet sie verlangen von der Politik, ihnen endlich mehr Geld abzunehmen. Sie sind eine Minderheit. Aber ihre Forderung nach sozialer Gerechtigkeit ist ein wahlentscheidendes Thema. Beim Kampf um das Kanzleramt wird es auch darum gehen, wem eine Mehrheit mehr Glauben schenkt. Die Wirtschaftspolitik ist nur dann und so lange gut, als sie den Menschen zum Nutzen und Segen gereicht. Ludwig Erhards Formel, Wohlstand für alle, ist noch immer unübertroffen. Sein Satz war und ist die große Verheißung der sozialen Marktwirtschaft. Diese Verheißung einzulösen, die schwerste Aufgabe für jede Regierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017